Schaut mal, was ich bekommen habe von Elli. Sie hat nämlich jetzt ihre eigenen Lashes. Megaschön, genau mein Style. Feier ich und in dem PR-Paket ist sogar noch ihre Palette, die auch wunderschön ist. Und so viele Farben, richtig schöne, große Palette. I love it. Dankeschön, Elli. Nur leider werde ich wahrscheinlich die hier verlosen. Also meine Lieblinge behalte ich, glaube ich. Aber vielleicht verlose ich das ja, weil ich habe ja Wimpern-Extensions. Aber die Leute freuen sich bestimmt. Bella Pastel Vibes. Ich konnte mich nicht entscheiden, wirklich Leute, gestern. Ich habe auf der Hand eine Farbe, auf der anderen Hand eine andere Farbe und auf meinen Füßen eine andere. Ich liebe alle Farben. Und da werde ich jetzt wieder rein speken. Und da würde ich euch halt in depends. Also das ist dazu ab. Und da würde ich dechatten. Und Honey, das wirklich���π. Und hier ist das so. Und da würde ich jetzt den weariedem Sender und sagen, wie please auch wie Perfect быть. Und dann wollen wir das vor. Und da würde ich das auch wieder bemerken. Und dann haben wir den Store. Und das voll, wenn wir da an ein paar Anzeichen. Oh, was auch wir hier sind. Und da würde ich jetzt ein paar Ta Aaah-Canorte 好感en. vorstellen. Und zwar sind das hier die Hoops. Die habe ich extra so anfertigen lassen, dass die innen drin hohl sind. Heißt also, die sind ganz leicht und haben einen super angenehmen Tragekomfort. Ich finde das sonst immer sehr unangenehm, wenn die so schwer an den Ohren sind. Aber hier, die sind wirklich sehr, sehr leicht. Die sind alle 18 Karat vergoldet, 925er Stirling Silber. Alle Ohrringe, die wir haben, gibt es natürlich auch in Silber für die, die lieber Silber tragen von euch. Dann kommen wir zu den Lotus, zu den Lotus Earrings. Die sind somit meine Faves. Oh mein Gott. Perfekt fürs zweite oder dritte Ohrloch. Wunderschön. Ich liebe sie wirklich. Ganz, ganz toll. Und die glitzern und blinken ohne Ende. Dann perfekt, um wirklich diesen Ear Candy Look zu kreieren, wo man wirklich layert. Zum Beispiel fürs zweite oder dritte Ohrloch auch super. Passt aber auch ins erste. Also mega schön. Und ihr wisst rot. Ihr seht es schon in meiner Fashion Kollektion. Ist einfach mein Ding. Also kleine Details mit rot. Hier haben wir rote Zirconia drin. Also wirklich I love it. Oh mein Gott. Wenn ihr die Fotos nachher seht. Total schön. Und zu guter Letzt kommen wir natürlich zu den Ear Cups. Die habe ich natürlich mit dabei. In Gold und in Silber auch. Dann haben wir einmal hier mit roten Zirconia. Und auch mit Weißen in Gold und Silber. Wichtig ist nur für euch zur Info. Ihr braucht die nicht biegen. Also die passen auch so ans Ohr dran. Wenn ihr die biegt, könnte es sein, weil die Steine hier so fein verarbeitet sind und die Fassung so klein ist, dass die Steinchen aus der Fassung fallen. Und das wäre natürlich schade. Deshalb einfach nicht biegen. Das passt so. Das ist extra so für euch angefertigt. Und was ich euch auch noch zeigen wollte ist, wir haben die extra so gemacht. Das wollte ich unbedingt haben, dass die richtig weit aufgehen. Damit man sein Ohr nicht da so rein operieren muss. Das hasse ich. Also die gehen wirklich komplett auf und haben dann diesen Klickverschluss. Wow, euer Feedback jetzt schon. Natürlich fragen auch viele nach den Preisen. Die liegen alle zwischen 36 und 60 Euro. Die sind wirklich teuer in der Produktion und wir haben es schon versucht günstiger zu machen als der Rest. Mein Management muss mich immer ein bisschen zwingen, dass ich nicht noch drauflege bei den Preisen. Ich versuche es wirklich so günstig wie möglich für euch zu machen. Immer mit allen Sachen, die ich habe. Und wenn wir gerade ganz viel schreiben, natürlich liefern wir auch nach Luxemburg. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017